Auch wenn der Winter über weite Strecken mehr einen verlängerten Herbst war, so kam man doch nicht um das Heizen herum. Schliesslich haben wir alle gern genug Warm in der Stube. Was aber ist eine ideale Zimmertemperatur? Antworten rund um das Heizen mit Hans Barandun. Grundsätzlich kann man sagen, der Eigentümer ist für die Heizung verantwortlich und er muss schauen, dass er so heizt, dass der Mieter sich wohlfühlt. Die Regel ist 20 bis 21 Grad im Wohnzimmer, im Schlafzimmer 18 Grad. Das wird gemessen auf einer Höhe von 1,50 Meter und mit einem Thermometer, der eben auch die Zahlen hochsensibel aufnimmt. Was kann man machen, wenn die Heizung für einen zu tief eingestellt ist? Kann man vom Vermieter erwarten, dass er die Temperatur für einen hochstellt? Es ist ja so, dass die Heizung heute über einen Aussenfühler reagiert. Das ist ja so eingestellt. Wenn die Aussentemperatur unter 14 Grad sinkt, dann reagiert der Aussenfühler und die Heizung beginnt zu heizen. Wenn ein Mieter zu kalt hat, dann müssen wir allenfalls abklären, ob das ein Regulierventil, das ist ja noch die Möglichkeit zum Reduzieren, aber noch darauf zu stellen, ob das funktioniert, ob es auf oder zu macht. Wenn es aussergewöhnlich kalt ist, kann es auch sein, dass man die Grundeinstellung der Heizung allenfalls anpassen müsste, dass man auf die Werte kommt, die gewünscht werden. Gibt es eigentlich für das Heizen auch offizielle Termine, von wann bis wann geheizt werden soll? Man geht grundsätzlich davon aus, dass man es von Mitte September bis Mitte Mai in der Regel heizt. Selbstverständlich reagiert man natürlich auch auf aussergewöhnliche Situationen. Wir hatten auch schon Kälteeinbrüche gegen Ende August oder über Mai aus. Was kann man selber unternehmen, ohne den Vermieter zu involvieren? Das Einzige, was man grundsätzlich machen kann, ist, dass man einmal bei seinem Ventil schaut, ob das zu ist. Man hat ja am Radiator ein Regulierventil und hat dort einen gewissen Spielraum und kann dort dann aufstellen, damit mehr Wärme dann kommt. Und wenn aus irgendeinem Grund man das nicht hinbringt, dann muss man sich eben melden beim Eigentümer, bei der Verwaltung oder bei der Hauswartung, damit man nochmal abklären kann, wo wirklich der Grund ist. Und da war die Hölle und der offerings, in den ее Und da war der Gedämpfer nicht, bei der Gedämpfer nicht. der Gedämpfer nicht zu finden,